Guck mal hier, das ist der OpenWRT1. Das ist ein komplett offener Router, der nur 100 Euro kostet. Und was heißt offen? Hard und Software sind Open Source. Ja, und was bringt das? Das bringt, dass ihr mit der Kiste fast alles machen könnt, was ihr wollt. Also auf jeden Fall deutlich mehr als mit normalen, kommerziellen Routern. Ihr könnt aber nicht nur mehr konfigurieren, sondern ihr könnt da auch einfach Software drauf installieren. Der zugehörige App Store hat fast 10.000 Softwarepakete drin. Ich habe da zum Beispiel mit einem Mausklick AdGuard Home installiert, also auf dem Router. Ziemlich cool, oder? Dass ich App Store jetzt gerade in Anführungszeichen gesagt habe, das liegt daran, dass das halt nur eine lange Paketmanagerliste ist. Man muss also schon wissen, was man tut. Also es gibt jetzt keine ausführlichen Beschreibungen oder so. Und genau dieses Wissen, was man tut, das ist der springende Punkt beim OpenWRT1. Die Lernkurve ist ziemlich steil. Aber ich hatte da Bock drauf und Profi-Netzwerker Andrian hat mir auch gut geholfen bei meiner OpenWRT-Reise. Und am Ende hatten wir dann was richtig Cooles mit dem Ding zusammengefrickelt. Also wirklich was, was man auf jeden Fall mit dem handelsüblichen Router so nicht bewerkstelligen könnte. Bleibt dran. Lieber Herr Kahn. Ja, das was wir hier gleich in diesem Video machen, also mehrere VPNs im Router verdrahten, das geht unter anderem mit NordVPN. Und die sponsern auch dieses Video. Mit einem NordVPN-Account könnt ihr zehn Geräte parallel in unterschiedliche VPNs bringen, beziehungsweise euch mit zehn unterschiedlichen VPNs verbinden, gleichzeitig. Und dann könnt ihr zum Beispiel mit einem US-VPN das US-Netflix-Angebot sehen oder halt irgendwelche anderen Sachen benutzen, für die man sich eigentlich in den USA befinden müsste. Es gibt ja beispielsweise oft irgendwelche Softwarefunktionen, zuerst für die Kundschaft in den USA und die werden dann, wenn überhaupt, erst später in Europa freigeschaltet. Außerdem sind zum Beispiel Flüge, Hotels oder Mietwagen manchmal billiger, wenn ihr die aus einem anderen Land bucht. Das könnt ihr auch mit NordVPN bewerkstelligen, die haben nämlich Server in über 100 Ländern. Wenn ihr mit dem Code CT3003, beziehungsweise über nordvpn.com slash CT3003 bucht, bekommt ihr den exklusiven Weihnachtsziel mit vier extra Monaten aufs Zwei-Jahres-Abo und das Ganze mit 30 Tagen Geld-Zurück-Garantie. Erbung Ende. Ja, Leute, erstmal das Offensichtliche. Der Router heißt natürlich OpenWrt1, weil da OpenWrt draufläuft. Und um zu erklären, was OpenWrt ist, muss ich einmal ein ganz bisschen ausholen, aber das ist wirklich eine interessante Geschichte. Also, es war einmal ein Router der Firma Linksys. Der hieß Wrt54G. Das war 2002. Ja, und dessen integrierte Software nutzte einen veränderten Linux-Körnel. Das war zwar erlaubt, aber die zugrunde liegende Lizenz, die GNU-GPL, die erfordert, dass der veränderte Source-Code veröffentlicht wird. Ja, und das hat Linksys zuerst nicht gemacht. Aber der monatelange Druck aus der Community hat die Firma dann irgendwann reichgekocht und dann gab es den Source-Code. Also fast den kompletten Source-Code, nur die Treiber für den WLAN-Chipsatz, die fehlten. Jedenfalls hatte die OpenSource-Community dann Zugriff auf eine komplette Router-Software. Und die wird nun seitdem unter dem Namen OpenWrt, ihr merkt Wrt, Wrt54, knack, der Produktname des Linksys-Router, immer weiterentwickelt. Also seit über 20 Jahren. Und zwar so, dass die Software auf möglichst vielen unterschiedlichen Routern läuft. Über 1800 Router-Modelle werden inzwischen unterstützt. Sind natürlich viele alte Gurken dabei, aber auch viele, zumindest einigermaßen moderne Modelle. Zum Beispiel der Asus TUF AX6000 oder die Fritzbox 7530. So, aber um OpenWrt auf kommerzielle Router überhaupt drauf zu kriegen, das kann ziemlich pain in the ass sein. Also ein bisschen fummelig und dann kann es auch passieren, dass es nicht für alle Features des Routers Treiber gibt, denn funktionieren einige Sachen nicht. Und deshalb gibt es jetzt die erste offizielle Hardware von OpenWrt. Entwickelt von der OpenWrt-Community zusammen mit dem Hardware-Hersteller BananaPie. OpenWrt1 heißt das Ding und kann zum Beispiel bei AliExpress bestellt werden für ungefähr 100 Euro. So als ich gerade geguckt habe, waren es ein paar Euro mehr, die Preise schwanken immer etwas. Ja, und die Hardware ist durchaus brauchbar. Also schnelles Wi-Fi 6, ein flotter ARM-Dual-Core-Prozessor mit 1,3 GHz, zwei Ethernet-Ports, leider nur einer davon mit 2,5 Gigabit, der andere hat nur 1 Gigabit und für OpenWrt-Verhältnisse viel RAM, nämlich 1 Gigabyte. Die Software würde auch mit 128 Megabyte zurechtkommen, das Ding ist also durchaus zukunftssicher. Drei Sachen sind aber wirklich ungewöhnlich. Erstens hat das Teil einen M.2 Slot für eine SSD, der ist mit PCI Express 2.0 angebunden, möglich sind damit also 500 Megabyte pro Sekunde Brutto-Transferrate. Das heißt, man steckt da einfach eine SSD rein und konfiguriert sich dann ein einfaches NAS. Und das haben wir auch ausprobiert und haben dafür große Dateien 150 Megabyte schreibend und 170 Megabyte lesend gemessen. Das sind ziemlich gute Werte für so ein einfaches Router NAS. Also deutlich besser als viele andere kommerzielle Router mit so einer Funktion. Was angekündigt ist, aber zur Zeit noch nicht geht, es soll irgendwann möglich sein, auch von SSD direkt zu booten, sodass man zum Beispiel echte Linux-Distributionen darauf starten kann, ist aber wie gesagt noch nicht fertig. Die zweite ungewöhnliche Funktion ist der sogenannte Mikrobus-Sockel. Der ermöglicht über GPIO-Pins, also General Purpose Input-Output, selbst gebastelte Hardware an den Router dran zu hängen, also zum Beispiel Sensoren oder sowas. Das dritte ist, dass man das Teil nahezu unmöglich kaputtfrickeln kann, wenn man den Router irgendwie gebrickt hat, schaltet man einfach diesen Schalter hier hinten auf NOR und damit lässt sich der Router dann wieder reanimieren. Neben dem 256 MB großen NAND-Flash-Speicher, auf dem das System installiert ist, gibt es nämlich noch einen schreibgeschützten 16 MB Flash-Chip, auf dem ist ein Bootloader gespeichert, der das Gerät im Notfall zurücksetzen kann. Nice. Und auch ohne Notfall-Funktion. Der Router lässt sich wirklich, also nicht übertrieben, in 5 Sekunden zurücksetzen. Das heißt, man muss keine Angst haben beim Rumspielen, wenn was nicht mehr geht, zack, wieder auf 0, alles easy. Aber halt auf der Kommandozeile. Und das muss ich auch wirklich dazu sagen, man muss beim OpenWare T1 wirklich Bock auf Frickeln haben. Und man muss auch bedenken, da ist keinerlei Modem drin. Das heißt, man braucht entweder einen zusätzlichen Router mit Modem, oder halt ein separates Modem, was aber eher selten zu finden ist. Und ich muss auch zugeben, als mein Netzwerkkollege Andrian mir von dem Ding erzählt hat, dachte ich so, ja krass, für 100 Euro ein Wi-Fi-6-Router, das ist ja super. Da mache ich dann direkt ein Video. Ich habe den OpenWare T1 als meinen Haupt-Alltagsrouter getestet. Ja, und dann Andrian aber so, nee, also puh, für den Alltag ist das nix. Das ist eher so ein Bustle-Router. Und ich so, hä, was ist denn ein Bustle-Router? Und das habe ich aber jetzt inzwischen einigermaßen verstanden. Und ich versuche euch, das in diesem Video auch jetzt mal ein bisschen näher zu bringen. Und dabei ist wirklich dieser eine Punkt wirklich wichtig, dass man immer weiß, ich kann das Teil einfach komplett zurücksetzen. Also ich kann da einfach drauf losfummeln, kann nichts passieren. Also das finde ich psychologisch schon mal einen großen Vorteil bei der Kiste. Und ich zeige euch jetzt auch mal, was ich mit der steilen Lernkurve am Anfang meinte. Also ich habe den OpenWare T1 bei mir angeschlossen. Und ja, ich kam nicht auf die grafische Benutzeroberfläche, obwohl ich die richtige IP-Adresse eingegeben habe. Stellte sich dann raus, die grafische Benutzeroberfläche von OpenWare T namens Lucy ist da gar nicht drauf, weil die Router-Software noch nicht als finales Release existiert, sondern nur als sogenannte Vorab-Snapshot-Version. Und da ist dann halt kein Lucy vorinstalliert. Das heißt, man muss per SSH, also per Kommandozeile, auf den Router gehen und kann da dann Lucy manuell nachinstallieren. Also mal nachgucken, wie das geht mit Lucy in der offiziellen Doku. Aha, okay, alles klar, OPKG install Lucy, Fehlermeldung. Oh, okay, oh. Stellt sich raus, seit kurzem ist nicht mehr OPKG als Paketmanager defaultmäßig vorinstalliert, sondern das Ganze heißt APK. Also APK install Lucy? Nee, das geht nicht. Das heißt jetzt APK at Lucy. Steht aber hier auf der offiziellen Support-Seite halt nicht drauf. Musste ich selber rausfinden, beziehungsweise hat Andrian mir da auf die Sprücke geholfen. Sobald es die OpenWare T1-Software als finales Release gibt, wird Lucy natürlich auch vorinstalliert sein. Und das passiert dann nicht mehr. Aber ich finde, diese Anekdote zeigt ganz anschaulich, was mit Buster-Router gemeint ist. Aber hat man Lucy nur installiert, kann man sich halt über einen Browser in den Router einloggen. Und ja, okay, das ist jetzt auch nicht ganz so einfach zu verstehen wie so eine Fritzbox-Oberfläche. Aber halt wirklich cool. Es gibt hier zum Beispiel eben diesen Paketmanager, von dem ja schon die Rede war. Also unter System-Software kann ich dann einfach Sachen installieren. Zum Beispiel Edgard Home zum Malware und Werbung filtern. Falls ihr nicht wisst, wozu das gut ist. Wir haben schon mal ein Video über Piehole gemacht. Das ist im Prinzip das gleiche wie Edgard Home. So, aber generell ist das Ganze so ein bisschen spröde, würde ich sagen. Aber grundlegende Sachen haben sich mir dann doch irgendwie selbst erklärt. Hier zum Beispiel, wenn man WLAN hinzufügen will, aussuchen, ob das 2,4 GHz oder 5 GHz sein soll. Dann auf Add, dann hier auf ESSID den gewünschten Namen eingeben. Bei Channel hier oben vielleicht auf Auto, wenn ihr keinen eigenen Channel vorgeben wollt. Dann unter Wireless Security die Verschlüsselung auswählen, zum Beispiel WPA3. Da dann unter Key das gewünschte Passwort. Und dann am Ende hier auf Save and Apply. Das unterscheidet sich jetzt erstmal nicht so grundlegend von normalen Routern. Aber mit OpenWRT kann ich zum Beispiel ganz viele WLANs anlegen. Bei normalen Routern gibt es oft maximal ein Gast-WLAN, aber da hört es dann schon auf. Mit OpenWRT sind mir da keine Grenzen gesetzt. Guck mal hier, so sieht das bei mir gerade aus. Also sechs WLANs. Ja, macht das mal mit eurem normalen Router. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja gut, abgeschottetes Gast-WLAN, verstehe ich. Aber wozu braucht man denn noch mehr WLAN? Da hatte ich dann tatsächlich einen echten Anwendungsfall. Ich wollte nämlich auf einem Notebook dieses umstrittene Microsoft-Feature Windows Recall installieren. Aber das war zu dem Zeitpunkt in der Dev-Version noch USA-only. Das wurde offenbar in Deutschland noch nicht ausgeliefert. Und das klappte auch nicht, wenn ich mich auf dem Notebook selbst per VPN in die USA getunnelt habe. Deshalb wollte ich es mal mit einer komplett zurückgesetzten Windows-Installation versuchen, deren erster Kontakt mit dem Internet direkt, ja, ein amerikanischer ist. Und das geht halt, indem sich der Router in die USA tunnelt und sich der Windows-Rechner dann halt direkt mit dem Router verbindet und dann direkt quasi virtuell in den USA ist. Also gar keine Berührung mit einer deutschen IP-Adresse hatte. Und das funktioniert zum Beispiel mit einer Fritzbox und meinem VPN-Anbieter so nicht, weil die Fritzbox nur IPsec und WireGuard unterstützt, meinen VPN-Anbieter aber beides nicht. OpenWrt kann OpenVPN und das kann halt auch mein VPN-Anbieter. Und das habe ich dann in OpenWrt konfiguriert, also mit Log & Passwort und so weiter. Und zack, konnte ich dann auf dem Notebook tatsächlich Windows Recall installieren. Und dann dachte ich mir, wie cool wäre das denn, wenn der Router gleich mehrere WLANs aufspannen würde und jedes wäre in ein anderes Land getunnelt. Und dann könnte ich zum Beispiel mich mit meinem Fernseher immer in andere WLANs einwählen, um dann unterschiedliche Sachen bei den Streaming-Anbietern zu sehen. Das ist ja je nach Land unterschiedlich. Okay, sagt ihr jetzt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen spezialistmäßig, aber VPNs direkt im Router zu verdrahten, das hat ja noch andere Vorteile. Zum Beispiel, dass man damit Geräte ins VPN holen kann, auf denen man eigentlich keinen VPN-Client installieren kann. Wie schon gesagt, zum Beispiel Fernseher oder eine Nintendo Switch zum Beispiel oder halt beliebige andere WLAN-Geräte. Und ich finde es tatsächlich auch einigermaßen elegant, dass man, wenn man mal ein VPN nutzen will, einfach in das entsprechende WLAN reingeht. Man braucht dann halt keine Client-Software installieren und auch nichts pro Gerät konfigurieren oder macht man halt einmal auf dem Router und fertig. Wenn euch das jetzt noch nicht überzeugt hat, dann habe ich auch noch eine andere coole Sache, die mit normalen Routern so nicht möglich oder nur sehr schwierig möglich wäre. Nämlich die Reise-Router-Software Travelmate. Wer von euch viel reist, kennt ja vermutlich so nervige Hotel-WLANs, wo man immer irgendwelche Captive-Portale anklicken muss oder nur ein einziges WLAN-Gerät nutzen darf. Mit dem OpenWare T1 regelt dann die Travelmate-Software den Uplink zum Hotel-WLAN und macht dann für euch ein eigenes, privates WLAN auf, wo ihr dann beliebige Geräte reinhängen könnt. Und voilà, kein Gefruckel mehr mit irgendwelchen Captive-Dingern und begrenzter Gerätezahl. Mein Fazit. Also ganz klar, der OpenWare T1 ist kein Alltags-Router. Das wird der auch nie werden, alleine weil da kein Modem eingebaut ist. Aber wenn ihr Lust auf etwas wildere Netzwerk-Basteleien habt, wie meine VPN-WLANs oder das Ding eben als Reise-Router nutzen wollt, dann könnte das Ding für euch ziemlich praktisch sein. Ist halt so ein Schweizer Netzwerk-Taschenmesser, mit dem ihr so abseitige Netzwerksachen machen könnt. Wollt ihr einfach nur einen Router, der eure Geräte schnell und zuverlässig ins Netz bringt, dann ist das wahrscheinlich nichts für euch. Ja, aber wenn ihr basteln wollt, dann solltet ihr euch das Ding vielleicht mal angucken. Ich muss sagen, dass ich während meiner Experimente mit dem OpenWare T1 sehr viel Neues über Netzwerke gelernt habe. Wie Routing funktioniert, wie VLANs funktionieren und Lernen, wo ich nicht richtig merke, dass ich gerade lerne, macht mir immer viel Spaß, muss ich sagen. Ja, wie ist das bei euch? Wie seht ihr das? Würdet ihr sowas interessant finden? Könntet ihr sowas gebrauchen? Oder sagt ihr, ne, ich will meinen Rundum-Sorglos-Router haben und sowas nicht? Gerne in die Kommentare schreiben. Tschüss. 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 Tschüss.